Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute wieder einen schönen Loup-Schal. Also einen Schal, der einfach so um den Hals getragen werden kann, dann nochmal über den Kopf und schon passt das Ganze. In richtig schöner Farbverlaufswolle in Grau oder so einem Silberton und Mint in Stäbchen gehäkelt. Super schnell gemacht, richtig schön kuschelig für den Winter. Und ja, welche Wolle ich dafür genau genommen habe, welche Nadel und wie das Ganze funktioniert, seht ihr natürlich alles jetzt. So ihr Lieben, ich starte für diesen Schal mit einem Schknolls-Gafi-Wolle von Lion Brand. Ist tatsächlich eine meiner Lieblingswollen, lässt sich sehr, sehr schön häkeln und stricken. Und ich habe hier den Farbverlauf in Silber und Grau. Reicht für einen Schal, eine Mütze oder wenn ihr das Ganze fünfmal habt für einen Pullover. Da steht sehr passend drauf. Und die Farbe ist die Nummer 217, Mint und Silber, wie gesagt. Es sind 150 Gramm, 285 Meter und das Ganze ist geeignet für 5,5er Nadeln bzw. 6,5er Häkelnadeln. Habe ich natürlich mal wieder nicht. Ich nehme meine Sechser. Ich habe die Wolle auch schon mal gehäkelt. Passt sehr, sehr gut. Und ja, grundsätzlich geht es dann auch schon los. So, ich hole mir mal den Anfangsfaden von innen raus. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Das hatte ich bei Knollen schon mal einfacher. Aber ja, beim zweiten Versuch ging es dann doch ziemlich easy. Und hier habe ich dann auch schon den Anfangsfaden und hier meine 6er Nadel. Los geht's mit der Luftmaschenkette. Und zwar schlage ich ungefähr 120, 130 Zentimeter an Luftmaschen an. Die messe ich gleich einfach durch. Dafür habe ich mir hier schon mal ein Maßband bereitgelegt. Und vorher, wie gesagt, einfach anfangen Luftmaschen zu häkeln. Einfach den Faden immer holen und direkt durchziehen. So, ich habe jetzt die Länge erreicht, die ich haben wollte. Und jetzt werde ich das Ganze einmal zu einem Loop verbinden. Also, ich lege es mir hin und schaue, dass hier alle Vs in eine Richtung zeigen. Also, dass keine Verdrehungen drin sind. Das könnt ihr euch einfach so einmal auf den Tisch legen. Hier geht es bei mir einmal rum. Und kommt dann gleich wieder. So. Genau. Hier bin ich jetzt angekommen. Ich zeige es euch einmal. Hier liegt es bei mir auf dem Tisch. Hier hat es jetzt zwar einen Bogen gemacht, aber da sind auch keine Verdrehungen drin. Das ist wichtig, weil sonst habt ihr halt Verdrehungen im Schal drin. Lässt sich natürlich auch noch ausgleichen, ist aber ein bisschen frickelig. Und ist einfach einfacher, es direkt zu vermeiden. Und ja, dann steche ich hier die erste Masche wieder ein. Ich hole den Faden durch und ziehe ihn direkt auch durch die weitere Masche durch. Und habe das Ganze jetzt einfach zu einem langen, großen Ring verbunden. Jetzt nehme ich drei Maschen für die Höhe und fange an, Stäbchen zu häkeln. Also einen Umschlag nehmen, einstechen, Faden holen, durch zwei und nochmal durch zwei. Umschlag, einstechen, durch zwei und durch zwei. Umschlag, einstechen, durch zwei und nochmal durch zwei. Und das jetzt einmal komplett die gesamte Runde über. Wir haben einen Umschlag nehmen, einstechen, durch zwei und nochmal durch zwei. Umschlag, einstechen, durch zwei und durch zwei. Und wie gesagt, bis ich hier wieder angekommen bin. Okay, hier bin ich jetzt wieder angekommen. Und ich mache jetzt eine Kettenmasche hier oben in die erste Masche, die ich gehäkelt habe, hinein. Und habe das Ganze jetzt komplett verbunden. Weiter geht es jetzt mit dem Häkeln. Und zwar nehme ich jetzt zwei Luftmaschen für die Höhe. Ich nehme jetzt wieder einen Umschlag und ich steche jetzt nicht tatsächlich in die Masche ein, sondern ich steche jetzt immer zwischen die beiden Stäbchen der Vorrunde ein. Also ich steche tiefer ein, hier wirklich in diese große Lücke, die zwischen den beiden Stäbchen ist. Da herumstechen und ein weiteres Stäbchen häkeln. Also ich bin ein ganzes Stückchen tiefer, als wenn ich tatsächlich in die Masche einstechen würde. Und daher habe ich auch nur zwei Luftmaschen für die Höhe genommen. Geht super einfach. Es ist wirklich immer nur zwischen die beiden Stäbchen stechen. Und ein weiteres Stäbchen häkeln. Natürlich den Umschlag nicht vergessen. Immer einstechen. Durch zwei und durch zwei. Umschlag. Durch zwei und durch zwei. Und ihr seht jetzt auch schon, ich habe so ein bisschen den Farbverlauf schon drin. Also es wird inzwischen schon ein Stückchen heller. Das Mint kommt schon so ein bisschen durch. Ich gewinne auch durch dieses Muster schön schnell an Höhe. Das lässt sich wirklich richtig schön schnell arbeiten. Und das häkle ich jetzt auch einmal die gesamte Runde über. Okay, hier bin ich jetzt wieder. Und ihr seht hier jetzt schon mal wirklich schön das Muster und auch schon schön den hellen Mintton. Hier so langsam die Entwicklung und dann wird das Mint immer stärker. Hier im Bereich des Rundenwechsels habe ich dann wirklich hier das richtige Mint dann tatsächlich drin. Und ich habe jetzt hier noch ein letztes Stäbchen zu häkeln, diese Runde. Habe ich jetzt auch gemacht. Dann wird das Ganze wieder mit einer Kettmasche geschlossen. Ich nehme wieder zwei für die Höhe. Und starte genauso wie eben auch mit dem ersten Stäbchen, was eben hier tief eingestochen wird. Und dann häkle ich das wieder ganz genau so die gesamte Runde über. Immer tief einstechen. Und damit Stäbchen häkeln. Und das häkle ich jetzt über das gesamte Knäuel. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Hier habe ich den Mintteil. Dann wird es wieder Grau, dann wieder Mint. Und zum Abschluss habe ich dann wieder das Grau drin. Also ein bisschen habe ich noch vor mir. Ich gebe euch natürlich zwischendurch nochmal so ein kleines Update. Ich habe hier jetzt das nächste Update für euch. Und ihr seht hier jetzt wirklich schon schön die Entwicklung in dem Farbverlauf. Ich habe mit Grau gestartet. Hier unten dann eben der Mintfarbene Teil. Hier habe ich jeweils den Rundenwechsel. Also so ein kleiner Versatz ist da drin. Aber das fällt beim Tragen nachher wirklich überhaupt nicht auf. Und hier geht es jetzt weiter mit Grau. Ich habe noch ein bisschen was an Wolle vor mir. Ich häkle das Knäuel ja von innen. Das zieht sich hier wirklich schön raus. Geht jetzt von Silber nochmal über das Mint. Und dann nochmal zurück zum Silber. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Schal fast fertig ist. Inzwischen bin ich fast am Ende angekommen. Der Schal hat jetzt eine Höhe von ungefähr 16 Zentimetern. Und ihr seht jetzt hier auch beide Farbabschnitte, beziehungsweise die beiden mintfarbenen Farbabschnitte sehr schön. Also wirklich ein sehr schöner Farbverlauf drin. Und ich habe jetzt noch so einen kleinen Rest Wolle hier. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache noch eine Abschlussreihe. Und zwar einfach in festen Maschen. Dafür nehme ich eine Luftmasche für die Höhe. So, eine Luftmasche für die Höhe. Und fange dann einfach an, feste Maschen zu häkeln. Also einfach den Faden einmal durchholen und abhäkeln. Beziehungsweise steche ich die auch tief ein. Dann bleibt es beim gleichen Look. Also auch wieder die gleichen Einstichstellen benutzen, wie die ganze Zeit über. Aber einfach jetzt feste Maschen häkeln. Und das einmal komplett herum. Und nach dieser Abschlussrunde bin ich dann hier wieder angekommen. Seht ihr jetzt hier. Die letzte feste Masche habe ich gehäkelt. Und ich kann jetzt den Faden einfach oben einmal rausziehen. Also ich habe die Schlinge jetzt einfach großgezogen. Und ziehe jetzt so lange am Faden, bis er raus ist. War also wirklich nicht mehr viel übrig bei mir. Hat aber ganz gut noch gepasst. Ich mache jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Trick. Ich gehe hier in die erste Masche der Runde. Einmal seitlich durch. Hol mir dann den Faden einmal durch. Auch einmal wieder komplett rüberziehen. Und dann führe ich den einmal außen herum. Seht ihr hier. Und wieder hier in diese Masche rein. Was der auch kam. Also in die letzte. Und auch wieder einmal rausziehen. Habe jetzt hier oben eben einen kompletten Verlauf mit den kleinen Faust. So ein kleiner Trick. Dann wird das Ganze hier oben schön gleichmäßig. Dieser Faden wird natürlich vernäht. Hier unten habe ich den Anfangsfaden. Der wird auch vernäht. Super praktisch bei diesen großen Knollen. Eben nur zwei Fäden, die am Ende vernäht werden müssen. Und so sieht jetzt der Schal wirklich aus. Richtig schön groß geworden. Super kuschelig. Relativ locker, wie ihr seht. Also durch das tiefe Einstechen sind hier auch so klein. So ein bisschen so ein Lochmuster entstanden. Aber wenn er dann eben zweimal am Hals getragen wird, ist er trotzdem mega warm und kuschelig. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken. Die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft natürlich kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.